Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner aus Hagen und heute zeige ich euch, wie wir den Auspuff an einem 2018er Camaro V6 tauschen. Und zwar ist das das Auto, schicker V6 und das ist die Serienanlage. So sieht der aus. Da kommt jetzt eine Bohrler Auspuffanlage drunter und ich zeige euch jetzt einmal, wie sich das Auto serienmäßig anhört. Also Serien Sound, der ist jetzt auch kalt. Man hört es noch im Hintergrund ein bisschen. Vielleicht kommen wir noch mal. Ja. Ja, reich, kannst du ja auslassen, danke. Haben sie gesehen alle bei YouTube. Das ist der Serien Sound. Den bauen wir jetzt um und dann zeige ich euch gleich am Ende, wie sich der Auspuff anhört. Dann habt ihr einmal einen Vergleich. So, also es wird kein kompletter Auspuff ab Cut, sondern es sind in Anführungsstrichen nur Endtöpfe. Die zeige ich euch jetzt mal eben. Die liegen nämlich hier schon. Voila. Wir haben einmal rechts und einmal links. Die werden hier am Ende gequetscht. Das heißt, die kommen, so sieht es ja jetzt original aus. Das heißt, wir trennen ungefähr hier und hier. Dann kommt der ganze Apparello, der hier hängt, kommt runter. Dann kommen die neuen Töpfe drauf. Die werden dann nur mit einer Schelle einfach gequetscht. Und dann haben wir schon Bohrler Töpfe drunter. Soundcheck machen wir gleich, wenn sie drunter sind. Und wir sind soweit. Der Auspuff ist dran. Sieht geil aus. Zeige ich euch mal eben. Stehen ja direkt hier am Auto. Das erstmal hier auch an sich von unten. Dann haben wir den hier, wie gerade schon angekündigt, den alten einfach abgeschnitten und den neuen dann mit der Schelle festgemacht. So. So sieht es aus. Dann machen wir mal Soundcheck. Wir starten mal. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit dem Sound habe ich gar nicht gerechnet. Also das ist geil. Oder? Hast du damit gerechnet? Nee, boah. Sound ist geil, boah. Da oben sitzt der Erik. Der gibt Gas. Also der Sound, roller die Waldfee. Der ist geil. Wenn ihr auch sowas wollt, sagt mir Bescheid. Lass mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020